Dieser neue Dacia Duster ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Dachreiling, Bordcomputer, ESP, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020